Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Gothic 2 Die Nacht des Raben. Diejenigen, die gerade in der Yashi LPs Video schauen, mögen sich vielleicht wundern, was mache ich in so einem Video? Und meine Zuschauer wundern sich gar nicht. Ja, wer erklärt jetzt ein bisschen, soll ich... Ja, ich fang doch mal an. Also wir haben uns mal so entschieden, wir machen so ein... Ja, wie soll ich das nennen? Ein Duel Let's Play sozusagen. Ja, ähm... Er Let's Play Gothic 2 und ich Let's Playa Dead Space. Ja, hallo Leute! Hallo Freunde! Ja, hallo... ähm... Laber mir nicht alles nach. Ja. Ja, also ich bin gerade hier stecken geblieben und ja. Jetzt gehe ich ein bisschen Einhandtalent lernen. Was machst du gerade, Yashi? Äh, ich laufe hier und... Ein Audio-Log. Aber ihr könnt es ja auch lesen. Was ist das? Was ist das? Audio-Log. Äh... Eine Audio-Aufnahme, äh, ja. Eigentlich Audio-Log ist Audio. Sehr schön. Sehr schön. Wir sind wieder hier... In einem Raum. Und ich bin in der Stadt. Wunderbar. Hehehe. Also, mir gefällt diese Idee wirklich. Diese Duel-Let's Play-Idee. Nicht wahr? Ich find's, ich find's cool. Also ich muss sagen... Es... es könnten ein paar lustige Episoden werden, wirklich. So, jetzt geh ich mal hier zu dem Wolfgar. Hö, da... Du bist gestraft, Alter. Diesen Namen, ey. Freundchen. Ähm... So, wie kann ich denn hier was lernen? Womit sollte ich beginnen? Ja, ja, blablabla. Unwichtiges Zeug. Wo liegt der... Was macht die Pflicht? Bist du erschreckt? Nein. Fuck. Kannst du mich auch... Ja, ja. Ich will... Was? Ich... Ich kann bei diesem Schwein nicht lernen. Was soll die Scheiße? Verraten hat er mich. Schweinehund. Ich kann bei dem Team jetzt einfach nicht ein Handtalent lernen. Er sagt mir... Was soll der mehr von... Söldner können hier nur Bürger oder was auch immer... Mitglieder der Miliz können hier lernen. Ich hätte deine Mutter... Deine Mutter ist schwarz und du weißt es nicht. Wow, ich habe hier noch den letzten Speicherstand. Von meinem anderen Let's Play habe ich jetzt hier gerade gesehen. Oh, da kommen Erinnerungen war... Wie schön war das denn? Aber dann kam so ein Dreckskerl und es hat nicht gehört. Naja. Wir hacken ihn zurück. Wer ist das? Nein, ich habe keine Ahnung... Wer es ist. Nein, wir alle... Nein. Nee. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich auch nicht. Moment. Leute, kennt ihr diese Stelle noch? Die, die das das Blaschen gesehen haben... Nein, ich kenne die Stelle nicht. Okay. Leute, jetzt gibt es eine kleine Hektik. Oh, Bein weg. Wo ist das? Sehr schön. Beruhig dich. Bring mir was bei. Ja, komm. Ah, fick dich du, Dreckski. Hat es dich rumgebracht? Nein, sicher nicht. Ah, schade. Hallöchen? Ich bin doch nicht blöd. Hallöchen. Hallöchen. Moment, Moment. Ich will hier etwas über ein Krautpaket. Hä, Kraut? Kann man das rauchen? Ich brauche Informationen. Ja, das kann man. Ja, vor allem in Gothic. Nein, der kann man nicht sagen. Warum nicht? Du scheiß Arsch. Kadiff, warum kannst du mir nichts sagen? Du Schwein. Ach, wo gehe ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Das bringt mich vollkommen aus dem Konzept. Bei uns wurde gerade... Bei mir wurde gerade erklärt, wie... Was wir tun sollen, gegen... Äh, machen sollen. Gegenüber den Gegnern. Ach, Leiche. Hallöchen. Ach. Oh, scheiß, jetzt hast du dein Bein weg. Oh. Oh, und jetzt hast du... Oh, dein Arm. Und... Oh, ja. Ja, kommst du gleich, oder? Das ist überhaupt nicht sadistisch, was du hier abziehst. Hallöchen, Kopf. Ich komme dich holen. Moment. Ich habe keine Lust, alles wieder zurückzulatschen. Und ich gebe heute meinen ersten... Allerersten Cheat ein. Hä? Nein. Also, es ist nicht... Es ist... Es ist ein... Nur ein Cheat, damit ich nicht latschen muss. Es macht nichts... Anders. Also... Fick dich. Was? Es ist nur zum Beispiel... Ich gebe hier ein... BmRMB und dann... Ja, ich weiß. Go to Waypoint... Hast du auch Gothic gespielt? Nein. Warum nicht? Schande über dein Haupt. Hallo, ich bin... Möge Gott... Möge Gott für ewig auf die... Äh, warte, ich bin es gerade... Die Bestellung nicht mehr... Mein-Alter-Sagen. Hm, ich bin 28. Warum bist du 28? Äh, geil, verdammt dich. Ich schaffe... Rotow, was war der Code? Big Farm, genau. Big Farm. Hallöchen. Jetzt machst du... Machst du noch Schleichwerbung für den Cheat. Ist ja geil. Ist ja keine Schleichwerbung. Es... So, ja, bei dem Typen hier kann ich definitiv was lernen, weil das wäre öde. Bring mir bei, wie man kennt. Warum? Warum erschieß ich eine Leiche? Weil du cool bist und sadistisch, weil du so ein Sadomaso-Bubi bist. Das war... Das ist jetzt nicht ernst zu nehmen. Du bist schon besser geworden. Ja, hallo? Ich will mehr lernen, was soll der Scheiß? Warum, warum muss man das nicht ernst zu nehmen sein? Ja, ich bin nicht ja. Was, 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 was soll die Scheiß? Ich muss jetzt immer, wenn ich was Neues... Bring mir bei. Soll es... Oh, dunkel, dunkel, Mama? Du bist schon besser geworden. Ja, mein Sohn. Was denn los, mein Sohn? Ich hörte da mal ein paar Leute. Bring mir bei, wie man kämpft, ja, danke. Du bist schon besser. Ja, ich weiß. Okay. Was müsstest du denn wissen? Was, von dir? Keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Ich weiß doch nicht, was ich wissen will. Das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt, also für diejenigen, die es gerade nicht kapiert haben, das ist ein, eine, das war jetzt eine Phrase in einer Phrase. Das ist jetzt völliger Quatsch. Komm, bei den Sölden. Ja, danke, ist egal. Sobald ich etwas für dich zu tun habe... Ja, wir waren jetzt hier gerade auf dem Klo. Haha, gut. Viel Glück beim Kacken, mein Freund. Äh, ja, auf dem Frau-Klo. Ah, ja, dort wo du hingehörst. Hallo da, ich habe etwas von einem... Ah nein, den habe ich ja schon gefragt. Ich muss zu Bodo. Ich gehe da mal hier rein. Also, für die Information, ich habe den Cheat-Modus wieder ausgeschaltet. Ich habe nur schnell diesen... Cheater! Was, Cheater? Wenn ich keinen Bock habe, so lange zu laufen, dann... Dann mache ich das einfach. Ich meine, 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 meine... Meine Zuschauer danken mir das, weil ich würde dann auf dem Weg nur noch scheiße labern. Glaub's mir. Äh, wie ist ein Blast-Player? Wir labern nur scheiße. Ja, gut, das stimmt, aber ich meine, ich labere... Moment. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Moment, auch bei mir. Ist das halt immer extrafeindlich zu ihm. Weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Das müssen wir hier nicht tun. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Hm. Oh, Mann. Hm. In der Stadt ist von Unsinn. Wir machen nichts außer das, wofür wir hart gearbeitet haben zu verteidigen. Hm. Ja, ja, kein Bauernaufstand. Wie sieht's denn aus? Okay, wir gehen hier mal zu Cypher. Er muss uns jetzt verzapfen, nur dieses Skop-Paket sein könnte. Das war einer von den Soldaten. Hm, ich kenne dich, ich kenne dich. Moment, das ist so eine lustige Szene. Er hat das in Korinus verkauft. Von wer weiß ich das. Ach, du Scheiße, du! Pst, ich mach ihn platt. Ganz ruhig. Ich bekomme ja hier noch ein Tinnitus oder... Oh, mein Freund, du hast jetzt gerade... Ja, warum ich will das Inventar aufnehmen? Hm. Hm. So, ich habe das Wichtigste aufgenommen. So, da! Hey, Cypher! Puh, war doch, doch, das ist schön. Fühlst du dich jetzt besser? Das ist echt ein angenehmes Spiel. Mit Schosa. Meine ich das nur, oder ist mein In-Game-Sound wirklich leise? Das ist wahrscheinlich Skype wieder das... Oh, ich hasse Skype. Ja, Skype, äh... Kameradenschwein. Ja, Skype, äh... Kameradenschwein. Moment. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Manchmal lasse ich mich auch von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies zusammenschauen. Das ist ein Junkie hier. Manchmal lasse ich mich auch von Sumpfkraut abhängigen Schweinen... Ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe. Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Ja, das merke ich. Nimm erst mal einen tiefen Zug. Nein. Ähm... Wo ist das Paket? Ähm... Leute, die Nerven liegen blank. Bei mir nicht. Bei mir sind die Nerven voller Humor und voller Freude. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Ja, dann spiel doch du mal Death-Base. Ich kann auch Amnesia zocken, wenn ich will. Das auch. Amnesia, das hat es mir schon manchmal geschafft. Auf mir die Scheiße aus dem Arschloch. Ja, immer diese Fekate. Hallöchen, du kleines Drecks. Die... Bla, bla, bla. Ich höre nur, ich höre nur irgendwelches totgeklicken einer armen Maus, die auch nichts dafür kann, dass Yashi am Verlieren ist. Ich verliere nicht. Ich werde nie verlieren. Ja, bist du schon mal gestorben? Ich werde immer gewinnen. Nein. Ich auch nicht. Doch. Ja, gut. Seit bald. Ich habe ja auch schon 30 Episoden Gothic aufgenommen, also da bin ich schon ein, zwei Male abgekratzt. Ich weiß es allerdings nicht mehr. Wann? Einmal. Ganz am Anfang. Mein erstes Let's Play, vierte Episode und einen richtigen Fail. Wirklich so richtig Fail. Da fragst du dich wirklich. Ach du Scheiße. Ansprung. Da springe ich einen Arm. Ja, dann bring ihn um. Machen was. Ach du Scheiße. Oh, jetzt gibt's Kampf. Es gibt's. Schlagabtausch. Und laufen. Und laufen. Und laufen. Beruhige dich. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Oh, Drachenwurzel, hallo. Drachenwurzel, hallo. Löcheln. Das ist aber geil. Stärke Bonus plus eins. Danke dir. Moment. Wie viele Dunkelpilze habe ich denn hier, mein Freund? Oh. Ja, wenn ich Noah finden würde. Ja. Nebensache. Ah, 34 Dunkelpilze. Schön. Schön. Sehr schön. Haben wir das Amulett von ihm gekauft? Ja, haben wir. Schön. Wie lange nehmen wir schon auf Lajashi? Ich würde sagen, so etwa ... Eine vierte Stunde etwa etwa. Eine vierte Stunde, ja, kommt etwa hin. Da mach ich gerade ... Ich mach gerade eine halbe Stunde Episode draußen. Ja, ich auch. Auch. Sehr gleich. So ein Special. Ich würde einfach schneiden dabei. So ein fettes Special für all unseren treuen Abonnenten. Meine fünf Abonnenten, stell dir vor. Ja. Ich hab schon elf. Ja, du bist auch schon ein bisschen länger dabei. Zwei Monate. Ja gut, ich eigentlich schon ewig, aber ich hab ja zwischendurch mal eine riesen Pause gemacht. Du hast eigentlich immer eine Pause gemacht? Nein. Ja, ich hab einfach ... Ich hatte viel um die Ohren. Ich hatte Aufnahmeprüfungen. Ich hatte sonst Prüfungen. Ich hatte ... Naja, egal. Ich will mich auch nicht entschuldigen. Und irgendwie ist dann auch die Motivation vergangen. Aber eigentlich ... Ich weiß auch nicht. Vor einem Monat hat mich eben Yashi angeschrieben. Hat einen Kanalkommentar gemacht. Und ich hab gedacht, ja, ich muss wieder mal Let's Playen. Ich muss wieder. Yashi. Ich bin ... Der Yashi hat mich gerettet. Der Yashi hat meine Let's Player Karriere gerettet. Schön. Ja, und wenn du mal 100.000 Abos hast, dann äh ... gib mir Kohle. Okay, mach ich. Und ich habe keine Ahnung, was ich ... was ich gerade tue. Ich bin jetzt einfach etwa ein paar Minuten in der Gegend herumgelaufen. Ich bin gelagert. Ich habe nichts gemacht. Nur mit die Gelagert. Moment, ich bin immer noch bei diesem ... Krautpaket. Oh, ich muss zur Fahrtrasse. Ja, das habe ich jetzt auch ein bisschen später gehört. Leute. Leute. Das ist eine Stelle, die Hass ist im Spiel. Da starb ich schon einmal. Das muss ich leider zugeben. Ah, Mama. Hallöchen, Mama. Hallo. Hallo, mein Sohn. Und wie geht das denn heute? Ich bin Komar, die komme vom Indian. Das ist zu witzig. Ja, ich weiß. Ich bin ein ... so humorvolles Pack. Wirklich. Ich bin halt weg. Das ist die Wische. Achtung, Ironie. Ich bin hier im Lift und mit mir ist auch ein Vieh. Im Lift. Das merkst du nicht. Was für ein Zocker. Da bleibt. Da wäre ja der Hund in der Pfanne verrückt. Sagen wir das so? Da wäre der Hund in der Pfanne? Ja. Da wäre der Hund in der Pfanne verrückt. Sag mal wirklich, der Hund? Der Hund. Der Hund. Also der Hund. Da wird der Hund in der Pfanne. War das nicht der Hahn oder so? Der Hund. Ja, der Hund in der Pfanne. Ja, jetzt würde ich ... Naja, egal. Siehst du, wenn ich latsche, labere ich scheiße. Das meine ich damit. Wenn ich ein Gothic latschen muss und keine Action habe, dann muss ich mich übergeben. Ja, klar. Und, 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 ja. Nein, das stimmt nicht. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich muss mich übergeben. Aber das ist falsch. Das war falsch. Das war falsch. Ja, das war falsch. Okay, das war falsch. Immer dieser Fäkalhumor. Immer dieser Let's Player und ihr Fäkalhumor. Fäkalhumor. Humor. 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 Da kommt ja einer. Hallo, Möchel, du lieber Monster. Warte, wie heißen Sie nochmal? Keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Ich will ihn nur töten. Oh. Eben sadistisch bist du. Sadistisch. Äh, ich bin bereit, mich dem Rennen das Wort aus anzuschließen, mein Freund. Yo, das ist ja ... Oh. Jo, meh, so und so. Nein, nein, noch nicht. Dann beeil dich. Ich bin italiener. Ah, nee, das war bei Mafia 2 so. Das war bei SS. Das ist bei Assassin's Creed. Ja, aber das habe ich auch schon mal bei Mafia 2. Mamma mia. Io sono Toni. Ich bin von Italia. Und ich keine, keine Deutsche. Oh, ich... Ich... Ich habe die Person nicht angenommen. Was soll? Doch. Aber ich... Ich habe die Nachricht überbracht. Habe ich die Nachricht nicht überbracht? Dann war es alles für die Katz. Katzin. Nein, war es nicht. Aber wir hatten ja ein paar lustige Momente hier. Geh rauf, du Schwein. So, komm. Ja, du bist scheiße, mein Freund. Du bist absolut scheiße. Du bist wirklich ... Du hast den IQ eines Stück Brot. Ein Stückes Toastbrot, mein Freund. Also nicht du, Yashi, sondern der Typ hier im Spiel. Ich meine... Nein, das ist ja abartig. Kann nicht mal eine Mauer hochspringen. Nein, wirklich. Ich kann das auch nicht. Eine IQ von... Von... Von einem Stück Käse, wirklich. Ah, ist ja schön. Ah. Es kommt keine Monster. Ja. Kapitel 2. Rückkehr in die Kolonie. Okay. Wir sind bei Kapitel 2 angelangt. Lord Hagen hat uns den Schlüssel gegeben. Ich habe diesen Dialog aus Versehen übersprungen. Da ich mir eigentlich vorgenommen habe, Quest oder Story lastig. Boah. Dankeschön. Und ich sag keinen Monster. Unterbrech mich doch. Nein. Ist ja nicht so wichtig. Ich latsche wieder. Und wenn ich latsche, labere ich... Headshot. Boom. Headshot. First Blood. Double Kill. Multi Kill. Multi Kill. Ultra Kill. Killing Spray. Bist du irgendwie Dota oder so eine Scheiße? Ich bist du Dota? Nein. Kommt das von dort? Ja. Und Aronus Gefühl. Ja. Schon. Er freut sich. Einer meiner Kollegen ist zum Dota sucht. Ein echter Spinner. Wenn ich das zu sagen darf. Netter Kerl, aber ein Spinner. Okay. Was ist... Was ist... Was ist... Was ist... Was ist... Tod? Tod. Tod. La. Das ist doch Scheiße. Was ist das? Oder was hast du gesagt? Gib mir den Eispfeil. Gut. Dota. Das ist deine Mutter. Was ist das? Das ist deine Mutter. Meine Mama. Mama. Er hat mich beleidigt. Mama, was soll ich jetzt machen? Er hat mich beleidigt. Ich hab keine Muni mehr. Und das ist jetzt kein Scheiß. Du hast... Dann hast du dort eine Nachricht gebracht? Du hast... Aber er hat sich im Hintergrund geschickt. Ich hab nur noch 6 Muni. Du musst entscheiden, was du als nächstes Mal willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Und ich habe ihn getötet mit 6 Muni. Und ich habe ihn getötet mit 6 Muni. Wenn du hier siehst, dann schlafen wir uns. ...du sollst... Ich labere wieder. Scheiß äh... Warum denn nicht nur so scheiß... Hallöchen? Ich strahle den Rand. Und du hast meine Wund... ...und sie dann nicht, dann wird sich bei uns... Ne, ich habe die Dinge... ...und dann wird sich nicht diese Welt verhalten. ...und du kommst... Ja, ja, ja. Okay, das ist zwar ein Dialog... ... aber der scheiss mich wirklich gerade an... ... den Anzug auf dem Raum... ja wie ihr ja und hier ist die anleitung die mp wieder mal auszieht und so eine tage hat sie einen das nicht hoffe ich nicht über das land aber also die ich laufe ich springe so was sie umgehen müssen zu also er hat den dialog vorhin möchte ich schnell zusammenfassen weil er ging mir ein bisschen lang und ich bin ein eine etwas ungeduldige natur und ich habe außerdem die escape taste gedrückt aber er sei es drum um das sehen das wunderbar und ja der dialog vorhin war eigentlich nicht so wichtig eigentlich sehr wichtig egal wir haben prüfung bestanden also wir sind jetzt bereit wir sind jetzt bereit in den dring des wassers einzutreten und wir müssen jetzt zur taverne von orlan um und um dort unsere einweihung um zu bekommen ich bin fertig und ja bei mir ist es so wir haben ja so ein schemaschüsse schüsse beschissen schiesse und er hat sich vor Ort hält wird sie so gut mein ehemal ist wir werden hier behaupten vor allem Prozent aber auch sie ist so ja ganz schnell um gefunden blablabla aber ihr habt es selber gesehen wenn ihr ich hab's nicht gesehen ja was dann siehst du wir haben sie es nicht da brauche ich dich ja wenn du mein es dann nicht aus dann hau ich dich ja und ja jetzt die Karte die mehr oder Prozent warte ich muss schnell schauen bei der Projekt Prozent das ist ich hasse dich und all der Erachter die Latine die Platine aber 20 ich verliehe mein halbes Leben nur wegen der Scheiß Blutweg na und in der Sie mich doch nicht ich kann mir mal fast meine ganze Munition um und wir haben jetzt hier die Wackbäckchen und hier können die Upgrades ähm mit diesen Energieknoten äh was das ist so weird ich habe nie blutfliegen ausnehmen gelernt aber ich kann es trotzdem naja Gothic lässt grüßen Buck hallo Moment Hallöchen Hallöchen Buck Ich bin der Wack Ich bin der Wack Where's the Guru Oh wie denn Oh ich hasse die Bieste Oh komm her Ich überventiliere Ich über Oh scheiße ich bin tot 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 Muni ich hab auch Muni ich hab auch ich hab auch das hab ich nur noch 6 und alle verschossen Ja Wunderbar Wunderbar Ich hab keine Muni mehr Ich muss gegen zwei Gegner ohne Munition Verdammt Warum laufe ich jetzt hier vorbei Ich bin zu abgelenkt wenn ich durch Let's Place mache Ich konzentriere mich dann auf den anderen und jetzt bla egal Ich laufe da mal weg Ich laufe da mal weg Ich bin tot 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 Ich muss den Ring jetzt auch noch anziehen was ich sehen kann den Ring du Spast Roland Hallo Hallo könnte ich da mal Ich bin nicht sicher Das ist wirklich nicht mein Problem Mann So so Jaja ich gehöre zum Ring des Wassers Das ist noch nicht ganz aber jetzt kommen die ganzen Typen hier und ich denke Nein ich hab drei Gegner am Hals Ich hab drei Ich denke nach dem Wir hören mal auf denn wir nehmen glaube ich schon 25 Minuten oder so Warte Ich laufe hier Nein noch nicht noch nicht Ich bin auch noch nicht so weit also Nur kein Stress Hier kommen die Leute hier Kommen die Leute hier Nein die Gegner sind hinter mir vor mir neben mir am Arsch Vielleicht auch noch Ich geh jetzt einfach Ich geh jetzt einfach Ich geh jetzt einfach Ich geh jetzt einfach Nein ich kann ja nicht Ich bin gefangen Ich bin gefangen Ich bin gefangen Ich bin echt gefangen Ich hab fast keine Muni mehr Das Treffen ist heute Soweit ich mich erinnern kann Ja Hoffentlich wird es nicht wieder Ich bin tot Weiter So Ist ja schön Ist ja schön Ja ich denke wir machen dann bald Schluss Noch nicht Graleich Aber bald Sobald Ich mache ich labere hier noch ein bisschen mit Laris Der übrigens Der Einer der Anführer des Ring des Wassers ist Oh mein junger Freund Wir sind hier zusammengekommen Ich bin tot Ja ich würde doch mal sagen Warten Moment bitte Ja Ich bin tot Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft Ich trage sie mit Stolz Aber lass dich nicht dabei erwischen Dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst Das ist schon ein bisschen Scheiße Nee Das Wasser ist gehört Niemand spricht um den Ring des Wassers Wir dürfen nicht entdeckt werden und so weiter Wie sieht es mit Waffen aus? Wie sieht es mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab Die Waffe des Rings ist der Kampfstab Schön wir wollen aber keinen Kampfstab Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen wie man geschickter wird Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst Wende dich an Korn Er ist ein Meister der Klink So Leute Weiter geht's Ja ja Schön Also ich denke In Ordnung Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten Geh nun umgehend zu Batras und lass dir deinen ersten Auftrag Mach ich mach ich Laras Brüder des Rings Lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört Wir müssen dafür sorgen dass diese Bedrohung eingedämmt wird Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt Ja ja Okay Ich muss gähnen Ähm Ich hab nur noch einen Schuss Leute Und mit diesem Schuss werde ich mich töten Okay Yashi Ich mach mal Schluss Warte Moment 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 Okay ich warte ich mach mich hier ein bisschen nützlich oder dumm Ne Ö Ö Das war so ziemlich die nonsensigste Episode bis dato Ich hab's geschafft Ich hab's nicht geschafft Okay Okay Hast du einen Speicherpunkt oder sowas? Ähm Moment Und Ich muss noch eins gegen eins Ohne Waffen Ohne Waffen Mit Fäusten Mit Fäusten Es war nur ein bisschen Versuch hier Mal schauen was daraus wird Okay Okay Leute Peace Haut rein Ohne Waffen Ohne Waffen Ohne Waffen